Der Kameramann ist meistens abgeschlossen. Soll ich mal Fliegelung? Ja, ist das ja gut. Jetzt auch im letzten Drittel dieses Rennes, ich dachte schon mal, wer da genau aufgeboten ist. Ja, alles gut, wir müssen durch die Wassersprache durch. Ansonsten braucht es jetzt eine großartige Aufbau jetzt zu haben. Aber diesen alten Booten, also rechnen Sie sich weiter vorne. Die ist so gut, wenn es nicht schlecht ist. Wir müssen mal was passiert. Und höchlicherweise wird unser Leben noch zum Vorfeld an der Bahn gehen. Und das wird die Anerkaufung. Aber Moment, ich würde das jetzt nur aufbauen. Wir haben die Kohle zur Verfügung gestellt. Geht jetzt an Laufrufer, um sein Team anzufeuern. Und die Arbeitsleistung, die haben wir gemacht. Die Mitarbeiter haben den Einleitung, haben auch den Mittleren Weg gegeben. Und jetzt durch die Männer gemacht. Fünf Gründe also für das Herzspiel. Bayern ans Meer und etwas für die Geburt. Geht jetzt ein Heizing mal ein K childer. Der Fahrzeug hat ein K sadder barỏ, geminär hieß K gallterm fest. Im Moment kommt dann . Das war der letzte Mal. Das war der letzte Mal. Und das ist dramatisch, denn die Eiszeit normalerweise sind immer noch knallig, wie sie weiter hinten. Weiß, dass ich doch mit dem Lötzballon, das nicht so ganz so einfach ist. Die Idee ist nicht neu, aber es ist ein 100-Lötzballon, die er verraten hat. Denn in diesem Jahr über ist seine 60. Lötzballon, verbraucht worden und erkubert meine Sachen. Aber die Familie, die sich hier als Hausfamilie an den Staat gegründet hat, die hat sich mit diesem Leidenschaft, mit diesem Idealismus, mit diesem Stoff gemacht, mit diesem Stoff. Die ganze Familie hat jetzt zwei Familien gemacht zu sein. Die Familie Wettermann, die Familie Ostermann, die beiden haben wirklich Tolles aufgefasst.